Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. Wir sind jetzt immer noch hier in der Halle des Strahov und suchen uns einen Weg nach oben. Und das hier sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Falls meine Stimme übrigens heute etwas komisch klingt, so liegt es daran, dass ich erkältet bin. Also nicht wundern, falls man das hören sollte. So. Wie war das noch? Hier auf diesem schmalen Ding kann man nicht laufen, daran erinnere ich mich. Ah ja, ich glaube ich weiß wieder wie es geht. So, vorsichtig. Nein, so doch nicht, so doch nicht, so doch nicht. Nein, 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 vorsichtig, nicht runterfallen Lara, nicht runterfallen. Auch ein bisschen unlogisch, wie sie sich jetzt daran festhält, ne? Aber naja, was soll's. Ja, jetzt hat's geklappt. Bingo. So, ach Moment, bevor ich da hingehe. Hier war ja auch noch was. Hier oben habe ich ja noch gar nicht mich umgesehen. Also mal eben schauen, ob hier was ist. Ich glaube es zwar nicht, aber... Probieren geht über studieren. Das kann ja nicht schaden, sich hier umzusehen. Aber nein, hier ist anscheinend nichts. Also wieder zurück. Los, beeil dich mal hier. So, Leiter wieder runter. So, hier vorne muss man aufpassen. Hier ist nämlich ein kleines Loch im Boden, was man leicht übersehen kann. Und schon ist man wieder unten. Einfach hier an die Leiter springen. Obwohl ich glaube, ich hätte auch von der Seite jetzt dahin gehen können, da rangehen. Aber egal. So, da ist eine Tür und da ist eine Tür. Ich geh aber nicht da lang, sondern hier lang. Weil... Oh. Hier ist ja auch noch eine Leiter. Ach ja, die führt ja da oben zu diesem Kranding, was diesen Behälter da unten hier hingefahren hat, sozusagen. Hier hin transportiert hat. Und, ähm... Den müssen wir aber nicht bedienen. Da oben müssen wir jetzt gar nicht hin. Wir kommen später nochmal zu einem weiteren, hier auf der anderen Seite. Und den müssen wir dann bedienen. Aber dazu später mehr. Das werdet ihr dann auch noch sehen. So, hier erstmal die Karte benutzen. Und mit einer guten Waffe ausstatten. Denn dieser Bereich hier wird natürlich auch wieder gut bewacht. So. Machen wir mal ein bisschen die Gegend hier sauber. Halt die Klappe und stirb einfach. Dankeschön. So. Und dein Kumpel, der ist auch gleich dran. Kumpel von diesem toten Typ. Wo bist du? Komm her. Hierher. Zu Tante Lara. Genau. Ach, diese scheiß Ansicht. Was soll denn das? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh! Scheiße! Was sollte das denn jetzt hier? Oh! Das ist doch Scheiße, ich wollte das nehmen, was da auf dem Geländer lag und nicht da runterspringen Oh, Lara Also wirklich, man merkt es doch immer wieder Lara hat ihren ganz eigenen Willen Mann, Mädel Was soll denn das? Und nochmal, weil es so schön ist Ja, ja, das kennen wir schon Naja So, lass am besten deine Sache nicht wieder auf dem Geländer fallen Oder was sagst du? Scheiß Russen Nein Ist mir egal, was du sagst So, schon wieder auf dem Geländer Ist das hier ein Bug, oder? Na? Hallo, ich würde das gerne nehmen Ah, jetzt geht's, wunderbar So, und jetzt mal gucken, ob wir den Typen da oben auch kriegen Müsste eigentlich Wenn nicht, haben wir ein Problem Die müssen wir nämlich von hier unten erledigen, weil der uns sonst Tötet Wir können sonst echt nicht nach Oben Ah, das klang gut Anscheinend ist er tot Wehe, wenn nicht Oh Nicht an der Leiter vorbeilaufen Nein, das wollen wir nicht Hier rauf, bitte Dankeschön Seht ihr, hier ist übrigens diese andere Tür Durch die wir auch Nein Hätten gehen können Obwohl Ach doch Er ist totes Ich dachte, er wäre noch am Leben Deswegen Habe ich mich gerade erschreckt Sonst wären wir nämlich gerade sehr schnell tot gewesen Naja Machen wir mal hier unseren Kran Wir aktivieren den Kran Von dem ich eben schon was erzählt habe Da seht ihr Wieder so ein Magnetkran Und den werden wir auch noch Benutzen müssen Wirklich Um hier Weiter zu kommen Ja, hier ist anscheinend auch nichts weiter Okay Immerhin Eine schicke neue Waffe Und Eine Möglichkeit Wie es weiter geht Die einzige eigentlich sogar Denn wir müssen hier nach unten Äh Nicht wieder über das Geländer Und Wie ihr gerade eben schon Festgestellt habt Können wir nicht einfach nach unten Weil Da unten Selbstschussanlagen sind Und da wäre es ziemlich dumm Nach unten zu gehen Man konnte nämlich auch Auf sicherem Wege nach unten Und nicht so wie Ich eben Einfach übers Geländer Das war eine Abkürzung Die nicht sehr gesund war Nein, da vorne ist auch noch eine Leiter Die ich hinterher benutzen werde Aber wenn wir die jetzt schon benutzen würden Dann würden wir einfach Ja Abgeschossen werden Und diese Leiter ist endlos lang Aber endlich haben wir es geschafft So Dann mal los Yay So, vorsichtig Schön langsam So Hier runter Sie macht es von allein Gut Wie geht's mit ihr? Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat gesessen. Ja, das war's schon. Ein etwas komisches Ende der Cutschen, aber... Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt gefahrlos nach unten. Das war mal eine Selbstschussanlage. Jetzt ist es nur noch Schrott. So schnell kann das gehen. Ich hoffe, die Jungs hier im Strahau sind gut versichert, sonst wird das teuer. Und ich zahl's nicht. Das hättet ihr wohl gerne. Lange Leitern sind lang. Naja. Fast geschafft. Zumindest der erste Abschnitt hier vom Strahau. So, die Leiter ist hier vorne. Ja, geh runter. Würdest du bitte so freundlich sein, Lara, und die Leiter runtergehen? Danke. Ich hatte schon gerade leichte Angst, dass hier ein Bug sein könnte und dich neu laden müsste. Schon wieder so eine lange Leiter. Die hat natürlich auch eine Rolltreppe entwickeln können, aber nein. Man lässt uns klettern. So. Eben nochmal umschauen, ob hier was liegt. Und dann können wir hier auch schon verschwinden. So, hier ist nichts. Das war die eine Seite. Und jetzt noch rüber zur anderen Seite. Ups, das war zu früh. Jo. So, war hier noch was? Nein. Okay. Okay. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Vielleicht ist da hier noch irgendwas. Aber es scheint nicht so. Nö. Hier ist nichts. Ja, hier liegen nur noch die kaputten Zeilen rum. Ich glaube, wir haben hier soweit alles. Gut, dann können wir hier abhauen. Hier geht's durch. So, und hier habe ich endlos lange gesessen und gerätselt. Denn das Rätsel hier, das ist echt eigentlich doch ziemlich simpel, aber man muss erst mal drauf kommen. Da kann ich raufklettern. Ja, genau. Sei still und erschieß dich jetzt. So, damit wir nicht zu viel Munition verschwenden, nehmen wir unsere einfache Pistole und, ja, nehmen die hier mal, um den Köter auszuschalten. So, hier. Verspätete Reaktion teilweise, aber naja. Wir müssen jedenfalls hier erstmal das so schaffen, dass wir da oben hin können, wo der heiße Wasserdampf ist, den wir auch noch abstellen müssen. Denn sonst sterben wir da ganz schnell. Ich muss ja echt erstmal wissen, wie man die Kisten hier verschieben muss. Das hier ist ja noch leicht, aber hinterher, oben, da kann man echt verzweifeln. Wie ist das? Wer ist dran? Okay. Soweit ist ja noch klar. Jetzt müssen wir die hier nach da verschieben. Das kann man sich ja soweit auch noch denken. Aber jetzt kann man hier endlos lang überlegen, was soll ich nur tun? Das Geheimnis ist, die hier kann man von hier aus ein bisschen zu sich ziehen. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Also echt, hier habe ich schon mal bestimmt eine halbe Stunde oder so verbracht. Na komm, noch ein kleines Stückchen. Ja, okay, das sollte reichen. So, jetzt können wir nämlich hier auf die Seite und von der Seite aus hier ranschieben. Ganz einfach. Ich werde stärker. Genau. Und was wir mit dieser Stärke so anstellen können, wie es hier weitergeht und wie wir den heißen Wasserdampf auch abstellen können, zeige ich euch im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.